ARD Text im Auftrag von Funk Heute hängt wieder vieles, wie immer eigentlich, an Lionel Messi. Bockstark im Abschluss. Sie müssen eng an ihm dranbleiben, sonst macht er hier sein Tor, da bin ich mir ganz sicher. Hier nun die Aufstellung der Gastgeber. Werfen wir einen kurzen Blick drauf. Sie spielen heute im 4-5-1-System. Hier sehen wir die heutige Aufstellung von Barca. Sie werden heute über die Flügel kommen, deshalb auch das 4-3-3. Hallo meine Freunde, zu meinem neuen Video. Heute wieder mal ein FIFA 16 Video. Wir spielen hier mit Barca und Mona. Und wie ihr vielleicht schon habt gesehen, man kann, ihr seht jetzt, ich zeige euch ein paar Kanäle, was ich euch auf jeden Fall würde empfehlen. Aber beim Schluss sage ich es dann auch noch gut mal. So. Und jetzt geht's los. Der Schiedsrichter pfeift die ersten 45 Minuten an. Ja, stimmt. Der Schiedsrichter pfeift wirklich die ersten 45 Minuten an. Da muss er hin und holt sich den Ball. Und was passiert denn da? Was passiert denn da? Da setzen sich Suarez unter Druck. Luis Suarez. Nicht gut gearbeitet in der Abwehr. Sergio Busquets. Luis Suarez. Und das Tor. Luis Suarez ganz schön ab. Und irgendwann ist er dann nicht mehr aufzuhalten und bleibt auch vor dem Tor ganz ruhig. Eine super Szene. Er ist einfach gedankenschneller als alle anderen. So, jetzt können wir uns den Treffer noch mal genauer anschauen. Diesmal aus einer anderen Kameraperspektive. Das musste so kommen. Barca macht die Führung. Das musste so kommen. Da hat er recht. Schöner Pass. Ich würde euch auch noch PFHD entfangen. Das machte Dauer gut, den Ball hat er. Er macht viel von Fußball zum Beispiel. Von FIFA macht er viele Sachen. Richtig gut von Torwart. Den hat er sichert. Er hat er auf jeden Fall richtig gut. Ihr seht es auch noch bei meinem Kanal, wenn ihr ein bisschen nach unten geht. Ihr könnt mir gerne eure Kommentare, nein, eure Kanäle in die Kommentare schreiben. Und vielleicht zeige ich auch dann die Kanäle bei meinem Kanal. Ihr könnt also gerne eure Kanäle bei mir hinschreiben in die Kommentare bei diesem Video. Der Ball wurde gut weggefaustet. Der Ball wurde gut weggefaustet. Seht ihr dann euer Kanal. Rakitic. Keine schlechte Chance, aber vorbei. Ach, da war sie leicht sogar mehr. Oh, und wir haben schon wieder ein Rechtsball. Der Ball ist im Tor aus. Es gibt Ecke. Eine Flanke, Flanke. Luis Suárez. Luis Suárez. Und da klingelt die Kasten. Zwei Tots. Ich glaube, der war schon noch nicht weit. Mehr als ein Elfmeter. Da fliegt. Den Treffer von Barca. Gucken wir uns jetzt nochmal an. Der Ball kam gut rein. Und dann steht er auch genau richtig. Sehr gut gemacht. Nochmal der Treffer. Diesmal aus einer anderen Perspektive. Und Luis Suárez. Voll. Bam. Reingeschossen. Luis Suárez. Jetzt steht es 2 zu 0. Das dürfte Ihnen Ruhe geben. Und wir haben das 2 zu 0 in der 15. Minute. Ich sage zum Glauben. In der 15. Minute. Wir sind auswärts. Wir sind ganz. Schossel lebt auf. Sie sind heim. Und sie werden sowas von verlieben. Jetzt wäre Zeit für eine Flanke. Vielleicht werden sie auch ein Tor machen. Ein einziges. Neymar. Suárez. 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 Suárez macht einfach Ego. Ego. Suárez. Ego. Suárez. Stark gemacht. Das könnte was werden. Zur Tor. Barcelona macht das Ding. Suárez mit dem 2. Tor. Seit seinem Treffer strotzt er nur so vor Selbstvertrauen. Und jetzt hat er den Doppelpack. Vielleicht würde er noch einen Drehschiss machen. Sie dominieren die Partie nach Belieben. Und das drückt sich mittlerweile auch am Spielstand aus. Oh, habt ihr das gehört? Die Kommentatoren haben das im Spiel drin gesagt. Richtig. Der Ball kommt gut. Oh. Und jetzt muss geht's. Luis Suárez am Ball. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Heimat. Die Heimspieler haben leider die Ball. Aber wir können uns berühren. Mit 3 zu 0 in 26 Minuten. Jetzt hat er den Ball gut von Piquet. Das sollte gut gehen. Das könnte die Gelegenheit geben. Das zieht er ab und er trefft. Und der Treffer hier vom Käpt'n. Da übernimmt er die Verantwortung und ist selbst erfolgreich. So musst du als Kapitän auftreten. Hier nochmal der Treffer aus einer anderen Perspektive. Doch es war den Jester gut. Dann konnte ich nie das merken. 4 zu 0 steht es jetzt für Barcelona. Und ich glaube. Und der Gegner strahlt nicht mehr allzu viel Gefahr aus. Ich denke das Ding ist durch. Dort sagt es noch eine Stimme irgendwie. Mit Lautsprechung. Der Jester gut. Er zieht ab. Den setzt er zu hoch an. Der geht rüber. Oh, er fiel zu hoch hat die das gesehen. 20 Meter. So wie 20 Meter. Messi ist ein absolutes Phänomen. Und neben Cristiano Ronaldo der torgefährlichste Spieler der Welt. Ja. Kann wirklich was jederlei. Messi versucht. Trifft er ja. Drin. Tor. Das ist große Klasse wie er das Tor gemacht. Und dafür ist er ja bekannt. Ein absoluter Edeltechniker. Danke für die Edeltechniker. Das Tor hat jetzt noch mal eine andere Kamera eingefangen. Danke an die Regie dafür. Lionel. Lionel Messi. Wieder ein Treffer. 5 zu 0. Das spricht eine deutliche Sprache. Gut gemacht. Den Ball holt er sich. Neymar am Ball. Neymar. Komm. Neymar schafft auch noch kein Tor. Schussversuch. So wird das nix mit dem Tor. Der Tor ist da. Und er schießt. Ui. Das war eng. Der Ball geht am Pfosten vorbei. Ivan Rakitic. Ach. Ich habe den Ball. Ich habe den Ball. Der Schuss von Elmar. Und das Tor. Pfanne ist oben, abseits. Und damit zählt das Tor natürlich nicht. Ich wusste es. Das ist ein Abseits-Tor. Wir werfen noch mal einen Blick auf die Situation. Völlig korrekte Entscheidung vom Assistenten. Das kann man hier klar sehen. Nachher wäre auch zu schön und war es so sein gewesen, wenn sie ein Offside-Tor hätten gelassen. Und ich wollte noch ein Tor mit Neymar machen. Das wurde er leider bis jetzt noch nicht. Aber hier. Aber hier. Aber hier. Neymar Ball. Ja, ne. Da stand der Assistent gut. Abseits. Schon wieder. Schon wieder abseits. Schlecht. Ist heute Barcelona im Absatz. Immer wenn Neymar Ball hat, will haben. Soares. Oh Mann. Die Gegner sind jetzt vielleicht ein bisschen traurig. Ist doch egal. Gefährliche Flanke. Boah. 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 Geil. 시. Sie macht eine zweite Tor. Und da macht er sein zweites Tor. Sein zweites Tor. ok dieses tor gucken wir uns gerne noch mal aus einer anderen perspektive sechs tore auf der einen kein einziges auf der anderen seite das spricht der deutliche sprache leonel messi schon wieder gesagt ganz einfach an den ball gekommen pablo der spielt eine gefährlich werden können auch schon haben wir jetzt vielleicht die chance schnell nach vorne zu spielen ja schauen wir doch mal drauf hier ist der treffer da geht er hin zum ball gut gemacht bei diesem wegschuss vielleicht auch schon habt ihr sehen ihr könnt ihn gerne abonnieren weil er ist bei mir beim kanal das ist kein problem der torhüter hat den ball warum hat er das tor gehalten das schöne tor das schöne tor und bei der nächsten unterbrechung wird hier gewechselt er gibt mir sofort den ball und wo es geht es in ortufan findet ihr auch bei meinem kanal oh nein jetzt hat er jetzt gerade drauf stark gemacht das könnte was werden jetzt schießt er den ball hält er gut oh nein und astro goblins findet ihr natürlich auch ich habe ihn extra euch bei meinem kanal reingetan weil ich weil ihr den namen nicht so gut in youtube finden könnt er zieht ab das macht er gut den ball hält er fest ich gehe egal unwiderstehlich wer hier mit dem ball abfuß losläuft so und wir gehen jetzt immer noch beim setz zu null setz zu null setz zu null oh schießt er ihn rein der passt ganz genau ja da 7 zu 0 der ball berührt noch den forsten aber geht dann rein und für einen augenblick sah es wirklich so aus als würde er wieder rausspringen so jetzt können wir uns den treffer nochmal genau anschauen diesmal aus einer anderen kameraperspektive das ist eindeutig heute zumindest bisher mal sehen ob sie hier noch zurückschlagen können irgendwie noch nie mit barcelona und vielleicht habt ihr den match gesehen gleich gibt es eine auswechslung bei der heimannschaft jetzt ist die 66. Minute und ich glaube es wird keine verlängerung mehr geben und jetzt der schuss was für ein tor Suarez mit dem 8 zu 0 und vielleicht hat dir eben auch den match gesehen wo sie genau 8 zu 0 haben gewonnen das war erst gerade nochmal der treffer diesmal aus einer anderen perspektive eine absolut klare Angelegenheit ist das heute soviel können wir schon mal festhalten jetzt wird er hier erlöst Buschi er darf runter leider keine so gute Leistung heute vorliegte auch noch ein anderer und dann wird er wieder leicht verlieren weil er wurde ausgewechselt oh jetzt finden sie schon besser jetzt sind sie schon besser sie haben einen besseren eingewechselt glaube ich und die Flanke hat er nur gut sind sie gar nicht gut sind sie nicht noch so das ist abseits brauchen wir gar nicht lange diskutieren wir belegen das mit der Zeitlupe das gespeichert sofort gesehen ich höre genau auf dich das sieht er richtig an und geht im voll sprint mit dem ball nach vorne jetzt ist es vorbei schlecht verteidigt er schießt und der schuss geht genau auf den torwart das war leider nicht so schön schön oh aber der hier dafür der hier ist sehr sehr schön sehr schön schön ah sehr schön Luis Suárez Vorteil für Barca oh wow das war ein geiler Pass für die jetzt er lässt den Gegner stehen da kommt der Schuss da passt der Torhüter auf der Torhüter hat aufgepasst sie versuchen das Spiel jetzt frei zu machen Torhüter passt gut auf Torhüter 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 diese Mannschaft hat es nicht da diese Mannschaft ist so schlecht da kommt der Schuss nicht gut gemacht mit dem Fuß kann er ist einfach nicht besonders gut ja das ist eine seiner Schwächen nicht wirklich beidfüßig er kann ein tor machen er macht er es dann nicht ich habe jetzt gerade gehört dass er ein tor kann die nachspielzeit zwei minuten viel zeit ist das nicht mehr viel zeit ist das nicht mehr aber vielleicht kann man ja noch was draus machen legt sich den ball hin gleich kommt die ecke rein die schlussphase dieser partie wenn ich die gesänge der fans vom fc barcelona richtig einschätze dann sind die drei punkte sicher eingeplant und wir haben ein ziemlich einseitiges gegen da hätten wir uns ein spannendes match gewünscht und wegen dem last auf jeden fall ein daumen nach oben da und abonniert inno to fall auch so stehen lassen ganz souveräner auf der fahrer astro goblin und einfach noch alle leistung vor allem hat sich das spiel den ausschlag gegeben und wenn ihr wollt dass ich bei meinem kanal eure kanäle auch zeige dann schreibt mir in die kommentare wie eure kanäle heißen ja